So, da melde ich mich dann auch mal wieder zu Wort. Herzlich Willkommen erstmal. Ja, ich habe lange eine Pause gemacht und deswegen melde ich mich mal hier zurück auf dem Weg nach Papenburg zur Meierwerft. Und ja, wie ihr da vorne sehen konntet gerade mal, fahre ich mit einem Sonderzug mit einer V200-002 gerade nach Papenburg. Und ja, hier nochmal kurz eingeblendet. Hier bin ich gerade im großen Hallengebiet. Das ist der von euch aus rechts jetzt, die große Halle. Da bin ich gerade drinnen im Besucherzentrum. Und jetzt muss man sich hier vorstellen, dass vor mir so ein riesen Schiff einfach nur ist. Und ja, das ist halt gerade so die Werft. Oh, ich bin so schnell mit meiner kleinen iPod-Kamera. Und das hier ist eine Aida Bella, glaube ich, war das. Man konnte jetzt die Kamera nochmal schnell von hier unten gucken. Das ist einfach nur schnell zusammengekleistert. Keine Sorge, nichts Besonderes. Da unten konnte man gerade rechts so Stabilisatoren sehen. Und da sind wir auch schon in der anderen Halle. Ich weiß auch gerade nicht, wer da pfeift. So, das ist die andere Halle. Die ist jetzt links seitlich im 90-Grad-Winkel zu der großen Halle. Hier wird auch ein weiteres Schiffsteil gebaut. Hier da vor uns, was man da sieht. Rechts, ähm, Konten, waren Wundteile zusammengebaut, die wie ein Fertighaus in der anderen Halle zusammengesetzt wurden. Äh, ähm, genau. Und ja, hier habe ich nochmal kurz so einen Kran gefilmt. Einfach nur so aus Langeweile. Weil ich muss mal irgendwas hier als Bildmaterial zusammenschneiden. Und, ähm, ja, da ist das auch schon... Oh, meine Profi-Hand. Iiiiih! Und, ähm, ja, das war's auch schon. Da vorne sieht man nochmal die V200-002. Zu meinem kurzen kleinen Video. Und, ähm, ja, hier nochmal kurz eingeblendet. Als Bild, als Icon. Und, ähm, ja, das war meine kleine Rückblende. Und, äh, in Zukunft werden dann auch wieder Videos kommen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und, ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Tschüss! 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 Tschüss!